In the summertime In the summertime In the summertime In the summertime Ja, ja, so, hey ho Leute Ja, ich bin's Apple Ice TLP Und ja, endlich Seht ihr mich mal Hi Ja, cool Ich wollte euch nämlich was sagen Was Wichtiges Und zwar Ich Werde umstellen Ja Ich werde nämlich komplett umstellen Auf Montagen Commentaries und Let's find's Ähm, wer Montagen Nicht kennt, der sollte meine erste Meine erste Montage anschauen von Battlefield Bad Company 2 Ähm, ja Ich wollte euch das Eigentlich noch sagen und ähm Wer Commentaries nicht kennt, der Sollt, der Das, das ist, äh, sowas, äh Ich, ich, mache ein Äh, ich, nehme auf Sprüngung, ich nehme auf Ähm, mach ein Video Daraus Schau mir das an Und kommentiere meine Spiel Weise Die Schlechtes Manchmal Vielleicht, keine Ahnung Ähm, aber Ihr Also, ihr, meine Fans, meine Freunde, meine Kumpels, meine Abonnenten Äh, ihr könnt mir Äh, was schicken Ihr könnt mir Videos schicken Und zwar per Skype Da werde ich noch mein Skype Eddy In meinen neuen Kanal Jetzt kommt's Mein neuer Kanal Ja Ich, äh, ja Ein neuer Kanal wird erledigt Gemacht Von mir Und zwar wird er heißen Frozen Games TV Ich werde einen Link in diese Beschreibung stecken Stellen tun Ja Frozen Games TV Frozen Games TV Und ich sehe gerade, dass es jetzt viertel sieben morgens ist Und Ich hab mich verschluckt Und, ja Ähm Frozen Games TV Ähm, das Intro wird wieder von meinem Geschätzten Freund und Kollegen Ger Games TV erstellt Weil ich das einfach nicht kann Ich hab keine Skills in, ähm Dings erstellt Was weiß ich Aber ich mach meinen Hintergrund wie immer selber Und, ja Das wollte ich euch mal sagen Und, ähm Danke an die sechs Abonnenten, die mich abonniert haben Und Also, bitte, bitte Wenn ihr dieses Video seht Abonniert meinen neuen Kanal Bei Frozen Games TV Ja Denn da Kommen Nur Commentaries Nur Let's Funs Nur, let's Äh, nur noch Montagen Und, na, na, na Denn Jetzt kommt noch ein kleiner Grund Denn, ich habe Also, denn bei Commentaries Braucht man nicht unbedingt ein In-Game Sound Bei Let's Plays Äh, Let's Funs Braucht man nicht unbedingt In-Game Sound Und Bei Ähm Montagen braucht man nicht unbedingt In-Game Sound Und Bei Let's Plays Braucht man In-Game Sound Was habe ich nicht? In-Game Sound Denn Äh Ich Habe Ich habe In-Game Sound beim Aufnehmen Der Scheiße ist Ja Denn, manchmal wird das Video entweder zu schnell Zu Brrrr Oder zu Oder der In-Game Sound ist komplett, äh Wie voll verkehrt und so Und ich habe keine Lust immer irgendwie irgendwas zu machen Aber Es wird Montagen geben Es wird viele Montagen geben Und ich Und ich weiß auch, dass Montagen besser ankommen als Let's Plays Und was weiß ich Ja Das wollte ich mal sagen Nice, ne Äh, ja Leute, das bin ich und Ich bin der, der euch immer sagt und redet und was weiß ich Und ja Ähm Ja Frozen Games TV Bitte abonnieren Wenn ihr dieses Video seht Und mich mögt und Mich lustig findet und was weiß ich Also Den Grund habe ich gesagt Äh Ich habe alles gesagt Ja Alles habe ich gesagt Gut Ähm Was wollte ich noch sagen oder was sollte ich noch sagen Gar nichts, ähm Ich sollte gar nichts mehr sagen Ich sag jetzt gar nichts mehr Ich, ähm Werde mein Kanal Ich werde noch dieses Video eine Zeit lang Ähm Ich werde mein Kanal, äh, ja Mein jetzigen Kanal Apple Ice DLP Ich werde, ähm Ich werde, ähm Ähm Ich werde es Mein Kanal Die, also dieses Video kommt noch auf meinen Kanal Das nächste Video kommt auf meinen neuen Kanal Dieses Video bleibt eine Weile Ähm, äh, in meinem Kanal Genau wie mein Kanal bleibt Denn wenn dieses Video Ich lasse es glaube ein, drei Äh, ein bis drei Wochen Wenn dieses Video Ähm, wenn die Frist abgelaufen ist Wird mein Kanal gelöscht Ich lösche Ich lösche meinen Kanal Und dann gibt's nur noch Frozen Games Nur noch Frozen Games TV Nur noch Ja Ähm Ähm Noch was Äh, falls mein Video Äh, Qualität von Jetzt gerade schlecht ist Ich nehme Webcam auf Leute, meine Webcam ist scheiße Meine Webcam ist der letzte Dreck Die habe ich mir irgendwann mal geholt Geschenkt bekommen Von meinem Dad Genau Mein Dad hat mir meine Webcam geschenkt Und die ist schon ein bisschen älter Und das ist auch ein bisschen länger her Aber Sie funktioniert Und Das ist die einzige, die ich habe Und Ja Also Leute, ähm Falls ihr mal Irgendwie Fragen habt Bitte, bitte Schaut dieses Video Geht auf meinen neuen Kanal Und fragt mich da Das wäre echt nice von euch Also dann Ich, äh Verabschiede mich jetzt Und ich sag Zum letzten Mal Bei, ähm Apple Ice TLP Chausen Chausen Leute Und bis zum Nächsten Mal Bei Frozen Games TV Ciao